Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen. Am Himmel hell und klar, der Wald steht, die Mischwege und aus dem Wiesen steigen. Wer da hat von schwarzen Mond? Niemand! Und wenn er kommt, dann laufen wir davon! Deutschland 1937. Mein Name ist Joachim und ich bin schwarz. Ich bin zwölf Jahre alt und wohne in einem kleinen Dorf im Rheinland. Mein Vater Ava kommt aus dem Senegal. Das Leben im Dorf war nie einfach für uns. Aber als Hitler an die Macht kam, änderte sich alles. Die Menschen im Dorf mögen uns nicht mehr. Meine Freunde dürfen nicht mehr mit mir spielen. Es soll jetzt jemanden geben, der sich um Kinder wie mich kümmert. Sie werden kommen und mich mitnehmen. Sie werden mir Schlimmes antun. Das ist mein Schicksal. Unser Schicksal. Das ist mein Schicksal. Das ist mein Schicksal. Das ist mein Schicksal. Vielen Dank.